Grüezi miteinander. Damit das Coop-Brot so gut werden kann, braucht es verschiedene Fachleute. Und heute haben wir hier bei uns im Studio auf Besuch drei erfahrene Berufsleute, nämlich einen Bauer, einen Müller und einen Beck. Und Sie haben uns das neueste Spezialbrot der Coop-Bäckermeister mitgebracht, nicht wahr? Jawohl, hier ist das neue Farmerbrot. Es ist ein geschmackvolles Spezialbrot. Es hat sehr viel Weizenschrot drin. Schauen Sie, hier sehen Sie die Körnchen. Weizenschrot, Herr Koller, was ist das jetzt genau? Das sind grobbrochene Weizenkörner. Die enthalten die vollen Mineral- und Nährstoffe und die Fasern vom ganzen Korn. Das sind also die so wertvollen Ballaststoffe da drin? Ja, die sind gesund für die Verdauung. Wie ist das jetzt mit dem Weizen, Herr Wirt? Wann wird er gesehen? Es gibt Sommer- und Winterweizen. Der Winterweizen wird etwa im Oktober, November ausgesät. Und den Sommerweizen haben wir gerade letzte Woche rausgetan. Wann wird er dann geerntet? Reihenholen wir alles Ende Juli bis Mitte August. Alles zusammen dann? Alles, ja. Also die ganze Kraft vom Sommer ist im Weizen drin voll enthalten. Und alle Nährstoffe und alle Vitamine, die das Getreide in der Sommerdauer, also während der Reifenzeit gespeichert hat, ist im Brot voll drin enthalten. Natürlich auch im neuesten Coop-Farmerbrot. Dank diesen erfahrenen Berufsleuten. Vielen Dank, meine Herren. Jetzt kommen wir noch zu weiteren Coop-Angeboten. Für eine fröhlich frische Wohnung hilft Ihnen Coop mit diesen Qualitätsprodukten. Gleitraumfrisch für die Schörnzen. Karpetfresch der Teppich und Raumdeo. Der Schnellentkalker Durgol ME. Klo-Antisept-Tücher für die WC-Brille. Der Vega WC-Sofortreiniger. Und der Vega WC-Block. In Ihrem Coop-Warenhaus finden Sie jetzt dekorative Accessoire für Dusche und Bade. Zum Beispiel der Duschvorhang 180 x 180 cm. Die Badwanneneinlage mit Kopfpolster. Oder die dreiteilige Teppichgarnitur. Profitieren Sie von der Aktion für attraktive Badezimmer in Ihrem Coop-Warenhaus. Und jetzt habe ich noch eine Einladung für alle Einwohner von Biel und Umgebung. Morgen um 9 Uhr wird im Coop Supercenter Bahnhof das neue Homecenter eröffnet. Sie sehen, Coop sorgt auch im Einrichtungssektor immer wieder für neue, moderne Einkaufsmöglichkeiten. So, und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. In Italien werden Spaghetti auf unzählige Arten gemacht. Eine davon ist Spaghetti alla Romana. Wir brauchen dazu geschälte Tomaten, Zeebeln, Olivenöl, Gewürze, Mozzarella und Ricotta Romana oder Hüttenkäse. Diese gehackten Zeebeln haben wir im Olivenöl angedämpft und löschen mit den Tomaten ab. Wir würzen mit Oregano, Pfeffer, Salz, rühren um und lassen auf kleinem Feuer köcheln. Während dieser Zeit haben wir in viel Salzwasser die Spaghetti al dente gekocht. Wenn es so weit ist, nehmen wir die Mozzarella, die wir in kleine Würfelchen geschnitten haben, zusammen mit dem Hüttenkäse in der Sauce aufwärmen. Diese Sauce gießen wir schön über die Spaghetti und servieren sofort. Das Rezept ist in der Coop-Zeitung ein gutes. So, das wäre es wieder einmal gewesen. Danke, dass Sie für uns Zeit hatten. Und achten Sie auf die Aktionen, die gerade kommen. Sie können viel sparen. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop alle Gala-Frisch-Eier-Teigwaren im 500-Gramm-Beutel, 40 Graben günstiger. Ein Becher-Coup Chantille, Chocolat oder Caramel statt 75 nur 60 Graben. Eine Flasche Coop-Mineralwasser statt 50 nur 40 Graben plus Depot. Allzweckreiniger meistert proper, 3,25 Liter statt 350 nur 2,75. Zwei Stücke Suso-WC-Block statt 2,90 nur 2,20. Zwei Flaschen ARA-Fensternreiniger statt 3 nur 2 Franken. Und noch morgen, über morgen und am Samstag ein bunter Blumenstrauss für nur 93. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch.